Da ist noch ein Schwein drin gewesen. Habe ich das jetzt gerade richtig gesehen? Oder hat er zufällig was anderes anvisiert? Ich weiß es jetzt gar nicht. Doch es war ein Schwein, das ich gerade getötet habe. Na, wie viel haben wir inzwischen? Also ich brauche mindestens einen Stack, das weiß ich. 40 Bone Meal Okay, jetzt kann ich mir auch die normalen goldenen Äpfel entsammeln. So, die Frage ist, ob ich mich jetzt für Farbstrotten machen soll. Denn das weiß ich nicht. Was auch wiederum eine sehr gute Frage ist. Wenn man die Antwort nicht weiß, dann ist es eigentlich eine Frage. Wenn man eine Frage sagt und die Antwort weiß, dann ist es doch eigentlich eine rhetorische Frage. Oder Ja Die müsste eigentlich nicht sein. Ich weiß es doch. Die müsste eigentlich nicht sein. Bis zum Ende. So, komm. ... So, komm, das Teil kriege ich noch Platz in dieser Folge mit diesem geilen Schwert. So, dann zwar ziemlich langweilig sein, aber egal, ich möchte es platt bekommen. So, 64 weißes Zeug. Weißes Zeug. Oh, das war gerade Schoko. Wo sehe ich denn hier noch weißes Zeug rum? Da ist das vielleicht weißes Zeug. Light Grey. Nein. Okay. Da. Uh, was ist denn hier unten alles los? Oh, wieso gibt es immer dieses Light Grey? Ich brauche doch das weiße Zeug und nicht dieses leicht... Zuck, zuck. Pink. Auf jeden Fall. Pink. Da. Das könnte es vielleicht sein. White Tree Dry. Super. Dann haben wir das auch noch. Ich werde es ja auch eigentlich viel einfacher machen können, aber ich mache es dann kompliziert. So, komm. Fehlt nur noch ein kleines bisschen. Mal hier rum, denn unter uns ist noch einmal was und ich glaube, das war es sogar schon. Ich bin mir noch nicht mal ganz sicher. Ja. So, 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 so. Das ist die letzte Etage. Oh, und ich habe Frame Drops ohne Ende. Und Creeper, was willst du? Scheiße. So. Alles noch dieses weiße Zeug einsammeln. Und damit ist diese Aufnahme-Session beendet. Würde ich sagen. Und ich fliege noch nach Hause, denn ich habe gerade ein bisschen unterzogen, glaube ich sogar. Ab nach Home. Jetzt kann ich meine Tomaten essen. Schön ist das. Und Lauf. Naja, nicht nach Home, sondern nach New Home. Home kann ich eigentlich löschen. Home brauche ich nicht mehr. So, lauf und lauf und lauf. Lauf schneller. Das ist das einzige Problem. Mit dem Jetpack ist man langsamer, als wenn man läuft. Und das wird sich nachher noch verstärken. Denn wenn man in diesem Spiel endlich mal an genug Iridium gekommen ist. Was sauschwer ist. Dann kriegt man auch eine gewisse Quantum Suite Leggings. Und die macht einfach das Laufen 3,5 mal schneller. Und wenn man dann mit dem Jetpack daneben fliegt. Und dann lohnt es sich eigentlich eher, am Boden zu bleiben. Und dann mit dem Jetpack nur über die großen Teile drüber zu springen. Es muss ja eigentlich... Äh, gibt es hier auch noch eine Sprint-Taste. Allerdings weiß ich nicht genau, wo die in dieser Mod zu finden ist. Denn die ist riesig. Zack. Ja, 22 Stunden noch. Superschön. Aber wir gucken trotzdem mal, wie das aussieht. Es war so freundlich anzuhalten und auf mich zu warten. Erstmal den ganzen Scrap wechseln eben. Doch, man, nicht mehr. Zack. Zack. So 17. Ich glaube, das ist zu viel. Nein, es passt noch rein. Superschön. So, supergeil. Ähm. Genau. Ich will noch nach dem Glas gucken. Nicht das Clear-Glas, sondern das normale Glas. Wo ist das? Das ist es. Das ist es. Oder? Ja. So, wir suchen weißes Glas. Ja, natürlich gibt es wieder so unendlich viel. Und meins, genau das, was ich haben möchte, ist nicht dabei. So, das ist ein. Ja, ein. Sandy, ein. Pink, ein. Es ist ein. 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 Es gibt es Glas. Fent. Ein. Ein. Stone Glass, Golden Edge Glass, oooookay, hier haben wir es, ähm, Sense Block, Sense Glass, nein, White Stange Glass, das ist irgendwie scheiße aus. Ich guck mal wie es aussieht. White Beats. Ach, das ist einfach nur weiß. Super, super, super. Clear Glass, White, who will White Die. Hab ich doch. Schade. Und das ist zu wenig. Okay, dann würde ich sagen... Äh, das ist überhaupt nicht so schnell aus. Das ist White Glass. Ach, das muss Clear Glass sein. Okay. Ja. Dann, äh, haben wir ja unsere Kompatibilitätsprobleme gelöst. 10 Stück, das reicht genau hier jetzt aus. Zack. Dann haben wir hier noch irgendwelche Probleme. Red, Sion, Green. So. Das war irgendwie klar. Nein, das wollte ich jetzt nicht machen. So. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und... Ja. Ja. Nein. Ciao. Ciao.